Ja, servus Leute, hier eine neue Aufnahmesession von Minecraft und das erste, was hier passiert ist, administrative Bestrafung 1, administrative Bestrafung 2. Beim nächsten Mal werdet ihr sterben, Leute. So. Ich hab noch ein halbes Herz, Alter. Vielleicht mal es zu zur Verteidigung. Was hab ich getan, Micha? Gib mir meine Boots. Dumm reingelabert vorhin. Achso, ja, vorhin, ja. Kann ich besprechen. Können wir dann loslegen. Wir legen los, ja. Wir nehmen keine Rücksicht mehr auf verspätete Aussiedler. Aussiedler? Aussiedler, wie sich das anhört. Falsche Richtung. Hammer! Das geht ja schon mal gut los. Wenn ich wüsste, wo der langgegangen ist, ich würde ihm gleich seine Sachen wegsnacken. Ich komm ja schon. I'm on my way, wie man so schön sagt. Na, boom. Ah, ich komme. Als mit der Ruhe. Lau, Forrest. Und er kann doch nicht mal was sagen, wenn ich dir jetzt... Lol. Guck mal, wie die Dinger da unten sich drin rumtummeln. Da tanzt du ja. Wir sind ja. Verdammt. Guck mal, die kommen nicht mal da hoch jetzt. Ich bin sogar schon näher dran. Ja. Ist ja lustig. Hallo, Golem. Oh, oh. Wird da war knapp. Ja. Nein, nicht da runter. Oh Mann, ey. Oh, das war knapp. Hast du deine Sachen also alle gekriegt? Ja, dann ist das nicht. Hallo? Nein, nicht wirklich. Was fehlt der denn noch? Meine Dierrüstung. Schwert fehlt da. Ja. Die Rüstung. Hab ich nichts. Ich hab keine Dierrüstung. Ich hatte nur das Schwert. Ich hab mich grad reingeschubst, der Spacko. Guck mal, die Eisenrüstung war ich hier, oder? Ja, gib mir die Eisenrüstung wieder. Was krieg ich dafür? Nein, du warst ja lieb. Alter. Was ist jetzt eigentlich, wenn man die haut, greift die zurück an? Oh, fuck ja. Hell yeah, ja, das tun sie. Hat er mich jetzt wieder lieb? Ja, der hat mich tatsächlich wieder lieb. Ja, scheiße, was tut er, der killt dich gleich. Der hat nur ein halbes Herz der Menschen an, komm her. Pam. Kau ich nur einmal zurück, schau. Boom, gleich bist du wieder tot. Hallo? Ich helf dir raus, Mann. Der macht ja gar nichts. Ja, ich hab den Ausgang gefunden aus diesem komischen Irrgarten. Für was ist das Glas, Fabian? Für Fackeln. Ach so. Lol, wer hat denn hier einen Creeper explodieren lassen? Boah. Ja, wie bitte? Ach so, da, die Boots. Ja. Wo ist denn hier was passiert? Lol. Nicht viel, dann schön. Okay, Fabian, hier müssen wir auf jeden Fall Terraforming machen in unserer kleinen Schlucht. Ich hab's geschafft durch das Labyrinth. Sehr schön. Mich war sehr schön. Ich brauch schon ein Pistenlabyrinth, wo sie verschiebt. Obwohl, ich stelle mich jetzt mal da rein und teleportiere Anne zu mir. Was? Nein! Ich bin grad zu Hause! Dann kommst du später ja auch mal irgendwann nach Hause. Wird halt ein bisschen später. Was auch cool ist, jetzt kam von dem Sparks Pure BD Craft ein neues Texture Pack raus. Neues oder ein Update? Ein Update. Problem an der ganzen Sache ist, jetzt funktioniert das im Update mit den Glasblöcken fehlerfrei. Dafür mit den Glasscheiben nicht mehr. Nein. So kannst du den Tisch aufhauen, also. Also, ihr wolltet Kieswege, ne? So, so, so. Glück hab ich so viel Kies. Oh, ich hab noch was. Du musst jetzt einmal kurz hier stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich euch so lange mitmachen kann. Ich bekomme total Rückenschmerzen. So. Der Blutfeuerung schaltet ab. Wo hast du was gemacht? Oh, wo ist denn hier der Marcel? Hier oben. Es geht einfach nur darum, dass es doof aussieht. Ah, ja. Leu. Ah, okay. Wird er die Brücke komplett hier rauf machen? Geradeaus? Durch so ein bisschen in deinem Haus? Ja, ich wollte so einen kleinen Kiesweg durch meinen Eingang machen, weil da sind ja noch ein Treppe da extra. Aber da muss man springen, ist auch doof. Noah? Ne, da kommt ja noch irgendwas hin, ich weiß es noch nicht genau. Noah, brauchst du noch Kies? Ja, à la Kies, ich hau jetzt gleich in den Nether ab. Nein, warte, warte, ich geboren mal was. Hä? Wieso geht's denn wegen den Kies in den Nether? Da sind die größten Kiesfelder. Äh, Noah, wo gehst du hin? Ich geh zu deinem Haus, aber ich bin zu weit hoch. Warte, bleib doch mal stehen! Ich bin bei dem Klotz im Berg. Wer hat welche Brücke gebaut, Herr von und zu Relikt? Da unten. Die Holzbrücke? Ja. Die hab ich gebaut, wieso? Abreißen. Was? Boah, hier. Cool aus. Dein Ding ist fertig. Ja. Dein Angebaut ist. Wetten hätt ich gesagt, dass ich die Brücke gebaut hätte, das stört mich. Kannst du mir auch das Eis, äh, Geld geben? Ah, nein. Äh, Gold? Wo? Hast du mir Gold gegeben? Nein, dein Erz, dein Erz. Mein Golderz? LoL, ist der Stecker hier rausgefügt. Ja. Okay, dann hast du es mir wirklich gegeben. Ich hab keinen LoL. Dankeschön. Ach, das ist ein Spacko. Feuer geht nicht, Jan. Warte. Ich rauchen ist ungesund. Ich rauche überhaupt gar nicht. Achso, du werfst dich an dein Feuer auf. Ja. Achso, dann. Dankeschön, Yuka. Jupp. Mach ich auch immer. Zirr mal eine Bettdecke an und dann wird's immer warm. Dann geht's ab. Ich rauchen diese Meterwarzen dringend Dunkelheit? Nee, ne? Nö, scheiß drauf. So viel Licht wie geht. Ich muss noch schauen, wie ich das hier mache, dass man nicht springen muss. Hm, ich brauch mal was zu essen. Ja, es ist relativ leise. Ich glaube, mich hat irgendwas vor. Oh, ja. Ja, das hat er. Ich bin ja die ganze Zeit hinterhergelaufen. Warum? Einfach schon aus Spaß. Stalker, Stalker. Dafür gibt's eins auf die Mütze. Bleib stehen! Crit Damage nennt sich sowas. So, jetzt muss ich erst mal zu meinem Ursprungsplan zurückkehren, irgendwas zu machen hier. Irgendwas. Okay, ich muss jetzt mal schauen, wie ich die Wege mache. Ach, naja, heute bin ich... Ich bin ganz schön müde, ey. Alter, Vater. Na, was habt ihr heute so Schönes gemacht? Nix. Das war klar, ne? Ja. Minecraft gezackt. Ich hab noch in Skypen geschrieben. Und Borderlands. Und, und... Ja, Borderlands. So. Wer ist Schnotte? What the fuck? Wollen wir es jetzt schon verbergen? Was ist, wenn mich irgendwelche fremden Leute anschreiben? Die Schnotte heißen. Mhm. Was will denn Schnotte? Ich hab keine Ahnung, irgendeine Gruppenkonversation mit alles fitem Schritt. Du grab mich nicht. Oh Gott. Was ist wenigstens? Eine Sekunde. Was ist los, Micha? Nix. Oh je, was? Welcher Name kommt darin vor? Tim? Ja! Hehehe. Boah, ich hab sogar Cleanstone. Ich glaub's nicht. Autsch. Aha, TNT. Ne, doch nicht. Wie misstrauisch er ist. Das muss er bei mir auch sein, seitdem er meinen Berg verunstaltet hat. Wow. Ich geb dir gleich nen Tipp. Mach die Netterdinger da weg. Die Netterzäune. Mach normale Zäune hin. Sieht auf jeden Fall besser aus, glaub ich. Also, muss nicht machen, aber. Oder zieh gleich um. Sonst ist gleich deine ganze Wohnung weg. Ich kann dir sogar welche mitbringen, wenn du willst. Wenn du willst. Wenn du willst. Oh, Mann. Summer. Ich kenne den Schutt. Mal gucken, wie mein Schrank ankommt. Ein Schrank. Ein Schrankdienst, ja. Hm, Noah? Weiß er Bescheid, ne? Oh, dass da grad drauf passt. Ich wollt's grad sagen, hat er nicht vorhin gesagt? Er ist mal kurz weg. Ich brauch mehr Holz. Ich hab kein Holz. Das ging wohl daneben. Was ging daneben? Oh, jetzt hab ich Hunger. Ich hab noch einen geilen Döner. Ich hab hier Pizza. Bauernhacktopf hab ich auch noch. Ich hab oben vier Kuchenstimmen, ich darf keinen essen. Wieso? Weil ich morgen Geburtstag hab und Kuchen halt für Geburtstag ist. Echt? Den kann man auch so essen. Ich weiß, wer ich heut nach dem 12 Uhr auch machen. Naja, prinzipiell kann der ja keiner böse sein. Der kann auch so keiner böse sein. Ich hab Hunger. Oh mein Gott, Druck ist ein bisschen. So. Doch, da ist noch Huls. Hulsadun. Ja, aber nicht genug. Zick. Oh je. Was ist los? Ach, nix. Nix ist aber nicht viel. Ja, nicht viel. Auch nicht viel. Und zum Teufel fehlt da ein Holzblock. Warum nicht? Der Slenderman war unterwegs. Oh nein. Fass doch vor diesem scheiß Slenderman. Seid ihr das einmal vorhattest, Micha, dann trau ich sie auch nicht mehr. Wieso? Ich hab jeden Minecraft Tag Angst, dass da irgendwie auf einmal so ein Slenderman vor mir steht. Sollte es diesen Mod jemals geben, darfst du die Befürchtung haben. Den Mod gibts schon. Ja, aber nicht für Bucket-Server. Ja, aber nicht für Bucket-Server. Ja, aber nicht für Bucket-Server. Leider. Umschreiben. Na mach du das mal. Okay. Hallo. So, der Schrank ist fertig. Servus. Hi Thomas. Noah, komm mal her. Oh Gott. Hast du einen Schrank gebaut? Hast du einen Schrank gebaut? Hast du einen Schrank gebaut? Ja. Warum ich manchmal fucked NetStone? Kann mir das mal einer erklären? Weil du ein Homo Sapiens bist. Mein Homo Sapiens ist. Ich hab Klapp, ich geh jetzt in meinen Schrank. Mach das. Fabian ist ja eh schon da. Der kann gleich loslegen. Oh mein Gott. Buhh. 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 Oh mein Gott. Nein, jetzt ist die Einraschfunktion drin. Pfff. Oh mein. Das müsste ich mit Eisentüren machen, dass ich dann immer rauskomme. Okay. Ich geh mal Diamantenfarben und machen wir die Blöcke hier aus Rumor aus Diamanten oder aus Gold. Stimmt. Doch. Den Raum müssen wir ausbauen durch meinen Arbeitsplatz. Hau der mich jetzt? Oh, ich wollte das nicht. Aha. Das ist übrigens ein anderer, ne? Ich weiß. Ich hab ihn aber gerade eben nochmal gehauen. Irgendwann komm ich mal durch mit Instant Hill Potion und heil sie. So, was wollte ich machen? Ach ja. Irgendwas passierte hinter mir. Oder über mir. Ach, sorry. Ach, ich wollte dir deine vorbeibringen, ne? Create the Private Sign. Successfully. Ich hab jetzt 17, das müsst ihr erreichen. Hm. Von euch hat keiner Schleim-Boys, ne? Hallo. Leider noch nicht. Micha, die zwei Schilderkatscher benutzen. Nach rechts geht's zu Dia und Relic und nach links geht's zu... Nee, das hab ich extra so gemacht. Das soll so ein leicht asiativer Katsch haben. Ich will da keine Schilder. Ich will die nicht als Wegzeichen nutzen. Wär aber cool. Ah, ja. Jetzt wird sich ja echt was. Ja, übrigens. Geh mir mal ein paar zu trinken holen. Danke. Ja, nein, ja. Das könnte man aber vor der Aufnahme machen. Das Ding ist jetzt wieder normal aus. Dieser Berg kann nie wieder normal aussehen. Okay. Mach die Erde, die Leiter und die Türen da weg. Äh, mach die Erde weg. Die Steine, die Leitung und die Türen da wecken, dann siehts wieder normal aus. Ah, ich würde den Berg davon dann eh weg machen. Genau, den ganzen Berg, ne? Ne, nur die Hälfte da, die sind... ...bollen da vorne dran. Sieht nämlich irgendwie komisch aus. Und andere? Mhm. Fündschnitte auch? Weiß ich nicht. Warte. Hm. Oh. Oh. Na ja, schon. Nur das so. Das ist so vorrangig. Gar nix. So, Fabian. Hm? So sieht das wieder normal aus. Jo. Die Treppen brauche ich noch. Guck mal, du wirst doch hier in einem bestimmten Holz... äh... Platz finden, wo du dich kommen kannst. Oder wenn du nicht weißt, was du machen sollst, was ja eigentlich traurig wäre, kommst du ja mal den alten Kanal hier weg. Ich habe noch den ganzen Stufen da eh. Ich trafe das, was mir im Weg steht. Ich trafe das, was mir im Weg steht. Ich trafe das, was mir im Weg steht. Ich traf das, was mir im Weg steht. wenn du im Weg steht. Ja. Ich traf das, was du machen kannst. Ok, was macht ihr. Es ist allgemein doof, wenn der AFK geht. Ich baue es aber schon ab. Dann merke das nicht mal. Mach doch ein paar Meter weiter von ihm entfernt. Einfach so eine Wand dahin, so ein Haus Holz. Echt nett für unsere Zuschauer, so einen Scheiß vor mir hinzubauen. Was darf ich dafür sterben, Noah? Ey, der Dreckvoller hat Marcel gebaut. Handbar. Wieso hast du jetzt bei dir da oben alles abgebaut? Warum nicht? Er hat Angst vor dir. Wieso das denn? Warum? Ich habe nie was gemacht. Doch, einmal habe ich mir ein Späßchen erlaubt. Du willst halt gehen. Einmal prägt immer. Ach. Ich habe dich überbewertet. Quell Wasser. Und wie willst du jetzt dein Haus bauen? Boss bei Yuka. Nein. Ich habe gefragt, wie er es jetzt bauen will. Ach so, äh. Ja, das weiß ich mir nicht. Du hättest das nicht abreißen müssen. Jetzt hast du mir den ganzen Spaß genommen, dich immer zu ärgern. Wer will es zur TNT nehmen? Ich baue mir was anderes davor. Noah, gleich komme ich bei dir mit TNT vorbei. Begründung wie folgt. Du hast eine billige Kronenkopie dahingestellt. Oh. Hey. Es ist keine 100 zu, äh, 1 zu 1 Kopie mehr. Das macht mehr. Mehr, vor allem. Mehr. Mehr. Ich habe mehr Platz gebraucht und Kisten auch. Ah, ja. Aber du hast jetzt keine billige Kronenkopie, wenn ich bitten darf, ne? Oh, doch. Ich bin ein gut ausgedachter. Ausgedacht meine ich aus dem Kopf gebaute. Oh mein Gott, wie kann man so hobbitlos sein? Ich habe gerade gedacht, hobbitlos. Ich bin hobbitlos. Das auch. Ja, ich bin auch hobbitlos, Leute. Wie kann man so hobbitlos sein? Noah, erklär es uns. Ah, die Türwaage ist safe, kann das sein? Ja. Ich habe es gelesen. Notice, that private wound door is locked by Relic Elf. Punkt 11. Ohne Punkt. Die sind nicht gedingstet. Die sind auch gesaved. Er hat auch alles gesichert. Ach, stimmt, wegen Noah beim letzten Mal, oder nicht? Auch. Auch. Ja, bin ich schuld. Voll unsozial. Na, ich vertraue euch mal. Alter, das ist ja keine Scheiße. Aber Till darfst du nicht vertrauen. Ja, das stimmt. Ja, deshalb habe ich meine Truhengesichter. Ich habe keinen Bock, nur wegen Till die ganzen Sachen zu safen. Ach, warum? Ich kann sie auch für dich safen. Ja, genau. Das wäre doch auch mal was. Aha. Alter, Fabian. Jetzt fehlt noch so ein Slenderman-Skin und dann hätte es geschafft, ey. Aber die konnten wir ja nicht ändern, sonst hätte ich ihn diesmal drinnen gehabt. Ich sehe Natierung. Gestern konnte man den noch ändern. Ist doch ruhig. Ja, vielleicht ändern sie endlich was, wegen diesem Fehler da. Ich habe hier, oder? Es kommen nur mehr Fehler rein. Ja, so wie ich die kenne. Naja, die habe ich doch letztens erzählt. Die haben sich doch von der Amazon Cloud getrennt, da wo sie vorher die ganzen Bilder liefen. Wenn morgen meine Geschenke nicht da sind von Amazon, dann geht mir aber einer ab. Beschenkst du dich selber, oder was? Natürlich. Ich bestelle alles und dann... Dir, Mutter. Zahl. Nein, meine Familie. Meine Mutter hat kein Geld. Ach so. Nicht genug. Nicht genug, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Die hat... Warte, schnell 400 Euro. Die Bedürfnisse befriedigt doch Fabian. Ich meine, das ist zwei Leute, die denken. Ja, tut mir leid. Ich habe gefragt, ob es falsch gelang. Ja, das kannst du ja wohl selber beantworten. Kann einer von euch ein Spagat? Relic. Kann ich nicht mehr. Relic, kannst du Spagat? Wutzufolgen? Warum? Weil es mich interessieren würde. Wollt ihr in der Nähe vom Bett? Nope. In der gewissen Nähe schon, aber... Äußerst gesessen. Danke. Du müsstest drei Etagen hochlaufen, also... Nee. Mein Bett liegt direkt hinter mir. Echt, müssen wir das Bett jetzt immer mitnehmen für unterwegs. Ja, genau. So ein aufblasbares. Wasser. So, Micha, hast du jetzt den Dings schon aufgebaut, den Verzauberungstisch? Stimmt, wollten wir den nicht aufbauen, ja. Ich habe leider keine Level mehr, ich habe gerade eben draufgegangen. Scheiße. Das ist aber auch witzig, als rennt die so hinterher. Also den Verzauberungstisch selber könnte ich aufbauen, aber ich will meine restlichen Bücherregale nicht verschwenden. Vor allem irgendwas kann entstimmen, weil ich bin nur in Wasser geflogen, wo ein Punkt tief war. Aber gib mir mal ein halbes Stündchen, dann baue ich ihn richtig auf. Ich muss ja nur drei Level verzaubern. Drei Level nur? Jep. Ja, dann kann man ihn doch so aufbauen. Ja. Ich brauche 19, also... Ich brauche 0. Ich könnte mal... Ah, ne, das sage ich jetzt nicht. Aber hab ich mich gar mal in den Tisch dann hingestellt. Ich setze auch schon mit dem geheimnisvollen Gelaber an, ja. Jukohu warst du nochmal gleich? Eeeh! 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 Ich hatte Kies geschenkt! Ich hatte Kies geschenkt! Wo hab ich denn die Kacke hingestellt? Du hast schon mal den Bonus jetzt verbraucht für den Kies. Wo hab ich denn die Kacke hingestellt? Ich muss nur hingucken, welche Kiste ich dir gelegt habe. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich dir nichts Gutes mehr tun wegen dem Kies. Was hab ich falsch gemacht? Was hab ich falsch gemacht? Gar nichts. Aber du hast gesagt, du hast mir Kies geschenkt und... Ja, das war der Bonus für den Kies. Eeeh! Oh Gott! Das steht ja auch für was anderes, äh... Da steht oben der Verzauberungstisch bei unserem Dings da. Bei unserem Lok ein, aus und ein... ACH MAN! Ein-Log-und-Log-Auspunkt! Ein-Log-und-Log-Auspunkt! Ein-und-Aus-Log-Punkt! Wie heißt damit? Ah ja... Sack nix! Ah... Was für einen Raum wollte ich jetzt machen? Ah ja... Christian! Das ist die Quest hier! Rückstoß 1 und nehme ich sieste Gliederfüße 1! Lalo, Level 3! Ist gut, ist gut, wenn du in die Höhle gehst! Mit Level 1! Was? Gab es eigentlich schon ne Antwort auf meine Quizfrage? Welche? Ta! Von beim letzten Let's Play, die meinst du, ne? Ja... Ich... Weiß nicht genau... Welche Folge... Äh... Was ging's denn da nochmal? Ja, was ist... Äh... Das ist ne gute Frage wahrscheinlich... Ah doch... Jaja... Ich weiß es wieder... Irgendeine Melodie oder so, oder? Nein... Fuck, dann wartest du auf dem anderen Test... Wow! Hey! Was machst du hier? Aua! Warum haust du mich? Geh weg! Geh weg! Ich... Nein, ich mach dir nix! Du hast mich aus meinem eigenen Haus verscheucht, hallo? Du hast mir den Kees gegeben, ich mach dir nix! Du hast jetzt offiziellen... Äh... Noah-Schutz... Hast du ein bisschen Erde für mich? Du hast einen Noah-Schutz, den probier ich aus! Ich geh jetzt meine Diamant-Rüstung anziehen... Mein Diamant-Schwert... Und dann greife ich Anne an! Nö... Sie hat nur Schutz von mir, dass ich sie nicht töte! Ach so! Den Noah-Schutz bekommt sie dann, sobald ich auch mal wieder meine Level hab... Und meinen Schert verzaubert hab... Ach, jetzt fangen wir schon so an! Ja, was bist du nur für ein feiger Kerl! Einer, der baut! Lukas würde sie bis zum Tod verteidigen! Ja... Bin ich Lukas? Nö... Lukas stirbt ja auch sofort! Hast recht, ist er bei Borderlands heute auch! Nicht nur er! Ich auch! Von Nati... Mecha... Pff! Das Leben ist hart, sag ich doch immer wieder! Oh ja... Das ist echt! Oh ja... Mit dem Unterschied, dass ich Ferien an für sich nicht mag! Nicht... Nichts... Nichts tun hasse ich! Ich mach ja was! Ich fahr ja weg! Also mit dem her tue ich was! Aua! Bei 15 Goldbarren aus dem Ofen holen, hab ich fast ein ganzes Level gekriegt! Wettvoll ist das! Wettvoll ist das! Ich hoffe einfach mal, in den Herbstferien ist irgendwo ein Festival! Oh, ich wäre gerne dieses Jahr auf Rock am Ring gewesen! Ach, ich war gestern auf einem Viertelmeilenrennen! Wett! Ich war gestern auf einem Viertelmeilenrennen! Achso! Haben sich die Leute angemeldet? Ach komm! Muss ich auch nicht erklären, ne? Ich glaube nicht! Ich weiß nicht, was ein Viertelmeilenrennen ist! Keine Ahnung! Ich hab auch noch nie die Fast & Furious gesehen! Genau! Genau! Alle, die das nicht kennen! Können wir eigentlich die Pilzfabrik da hinten abreißen? Oder die sieht irgendwie komisch aus? So, dem hilft die nicht! Da fehlen nur die Redstone... Lampen! Dann geht's sofort los! Und warum machen wir keinen? Warum? Die wachsen doch schon! Da hab ich die schon einmal abgeerntet! Ja, das hat aber ewig gedauert! Guck mal, er hat die schon abgeerntet! Wie nett der doch ist! Klar, die wachsen ja nach! Also dann verstanden das mein Berg, wenn ich von Yuka schaue! Oho! Also... Schau mal, wenn du das so hinguckt, dann startest du den Dreckballen! Das ist doch wunderhübsch was! Das ist aus wie... 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 Weiß nicht... Ein Klotz Erde! Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich irgendwie an einen Klotz Erde! LOL! Sei froh, dass du Noah Schutz hast! Sonst hätte ich dir vor dein Haus, direkt vor dem Eingang so einen riesigen Klotz gebaut! Oh, was hab ich dir getan? Kann ich hier denn... Nächste Stiche auf Erde! So mit der Begründung! Nein! Ähm... Vor deinem... Wasser... Fluss... Eingang... Das sieht doch gut aus! Nein! Du musst das machen, wie ich... Unwissend... Von dem gewissen Haus aus dem See die ganzen Lillimösen da rausholen! Nur das Wasser soll... Ähm... Gut aussehen dann... Also... Glatt, weißt du... Wenn es irgendwo fließt, dann... Macht das eben... Gerade! Nein! Wart! Na ja da, hallo! Achso, ja stimmt ja! Wart... Richtig weitermachen! Eigentlich mal Laufnis fragen, ne? Hey... Naua! Ups! Schon okay... Mal schauen was der auf 5 Punkts so kann... Nananananaa! Naaah! Naaaah!